Hallo ihr Lieben, hier ist die Rose Fröhlich. Du verträgst keine Zwiebeln. Ich zeige euch die Alternative Pak Choi. Ihr seht hier eine Knolle aus weißem Strunk und den grünen Blättern. Ihr müsst ihn einmal waschen, dann könnt ihr den grünen Strang oder die Knollenblätter einfach abknicken und dann in Streifen schneiden. Also das Weiße ist ein schöner Zwiebelersatz. Wer möchte, kann natürlich auch die grünen Blätter zum Beispiel für eine Suppe oder als Art Kräuter in die Suppe, wenn man es klein schneidet, auch wunderbar verwenden. Der Pak Choi lässt sich genauso leicht schneiden wie Zwiebel. Das Schöne ist, es tut nicht weh, also man hat keine Tränen in den Augen, wie das bei weißen Zwiebeln ist und oft ist es so, wer auf Zwiebeln reagiert, reagiert auf den Fruchtzucker in den Zwiebeln. Von daher ist der Pak Choi einfach eine schöne Alternative. Könnt ihr in der Regel geregelt in den Supermärkten kaufen. Hier seht ihr, dass ich unten nochmal die Knolle abgeschnitten habe, dann einfach in etwas gröbere Stücke. So kann man auch zum Beispiel feine kleine Stifte oder Stücke schneiden. Der Pak Choi lässt sich wirklich ganz leicht und einfach schneiden und von der Konsistenz her ist er wie eine Zwiebel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Denkt ans Abonnieren. Das Plus weg. Liebe Grüße, eure Sandra. Danke.